Herzlich willkommen in dieser fast schon dunklen Woche, möchte ich meinen, zum Finanztalk, denn der DAX ist heute auf ein neues Jahr, ist tief gefallen. Das ist kein Einzelfall, sondern die ganze Makroökonomie scheint so ein bisschen zu wackeln, auch der Goldpreis ist unter Druck. WTI, Rohöl, wir haben die US-Indizes unter Druck, wir haben die Zinsen, die nachgefragt werden, die steigen, die die Liquidität auch so ein bisschen in den Dollarraum bringen. All das sind Themen, verbunden mit einzelnen Aktien, die man jetzt noch shorten kann, vielleicht auch sollte, in den kommenden 17 Minuten. Herzlich willkommen beim Finanztalk zum Wochenausklang. Wir haben schon den 23. September und der September ist, wie wir statistisch schon in den ersten Wochen gesagt haben, jetzt auch wieder zu einem schwachen Börsenmonat geworden. Ob es der Schwächste in diesem Jahr wird, das ist die große Frage und deswegen habe ich mir heute zwei Star-Trader eingeladen, die die vielleicht beantworten können, den Christian Schöp und den Falk Elsen. Hallo. Ja, hallo. Ja, da winke ich erstmal in die Runde und komme gleich auf das Thema DAX und Makroökonomie mit dem Falk zu sprechen. Der DAX ist aktuell auf einem Jahrestief. Also wir haben tatsächlich auch die Juli-Tiefs rausgenommen unter 12.400 Punkten und seitdem fällt er rasant weiter, jetzt aktuell schon unter 12.200 Punkten. Ist das makroökonomisch eigentlich begründbar oder ist das so ein Alleingang im DAX, lieber Falk? Ja, also hallo in die Runde. Ich denke nicht, dass das ein Alleingang ist, sondern das hat seine Ursachen natürlich mal wieder, wie immer in den USA. Wir hatten es ja in den letzten Aufzeichnungen auch thematisiert. Ich hatte euch den Zyklus da auch gezeigt. Ich mache mal ein kurzes Update. Also in den USA wurde jetzt vor kurzem der Zins erhöht. Ich habe euch die Grafik hier mal angezeichnet. Und das hat Intermarket-technisch, also die Märkte stehen in Wechselbeziehungen natürlich eine Auswirkung. Wenn die Anleihenmärkte hochgehen bzw. die Renditen reagieren, ist das eine Auswirkung auf die Devisen, auf die Aktien, auf die Rohstoffmärkte. Und da wurde eben durch den Herrn Paul der Zins brutal angehoben, brutal in Anführungsstrichen, um die Inflation zu bekämpfen. Die Inflation habe ich euch jetzt hier auch mal mitgebracht. Das ist die US-Inflation. Die ist angestiegen auf 9,1 Prozent. Hier auf der Skala seht ihr mal, wie das in den 70er Jahren aussah. Und genau da will der Herr Paul gegensteuern und hatte gesagt in seiner Nachrede, dass das Problem so hart werden könnte wie noch nie. Er geht nicht von einer Rezession aus, aber wenn er auf die Daten guckt, müsste er eigentlich davon ausgehen. Er sagt, er wusste nicht, ob eine kommt, aber er muss von einer ausgehen. Also so langsam sickert dadurch, dass eben Probleme wirklich auf uns zukommen, sich nicht in Grenzen halten. Und das hat natürlich auch auf die EZB eine Auswirkung. Die EZB läuft in der Regel der Notenbank in Amerika mit sechs Monaten Verzug hinterher. Werden die natürlich nicht so sagen. Es ist ein anderer Raum, aber statistisch gesehen ist das so. Und hier hat man eben den Zins ebenfalls natürlich hochgehoben. Und jetzt kommen wir zum DAX. Das zieht den DAX nach unten, weil gleichzeitig auch die Liquidität des Marktes entzogen wird. Wir haben Probleme. Und insgesamt führt das zu Short-Szenarien. Das ist hier dieses makroökonomische, wo unsere Crash-Indikatoren ja schon im Februar gewarnt haben. Im Februar sind wir schon brutal in die Cash-Bestände reingegangen, in die Short-Positionen. Es gab eine Zwischenerholung. Das war diese Bärenmarkt-Rallye. Und jetzt im September droht wieder ein Abkippen zur Unterseite. Und was passiert in der Regel auf die zweite Welle? Sie wird etwas intensiver wahrgenommen. Ich habe es versucht, hier in den Webinaren immer wieder zu thematisieren. Ich glaube, die Volatilität wird jetzt massiv steigen. Das Panik-Level ist nah. Und wenn jetzt sogar noch ein externes Ereignis kommt, dann könnte es so wie hier, ich habe jetzt hier mal so einen langfristigen Chart, DAX, S&P, Nasdaq, Eurostox eingeblendet. Das ist dann ein Krisenszenario. Die roten Phasen sind hier eingeblendet. Jo, den Nasdaq, da haben wir ein Short-Laufen. Das zeige ich euch dann gleich mal. Ja, sehr gerne. Ich muss damit das Thema Makroökonomie natürlich über die Aktienmärkte hinweg spannen. Denn der Goldpreis ist heute auch stark unter Druck. 1644 sehe ich gerade in der Watchlist. Damit auch ein Mehrjahrestief. Der Euro zum US-Dollar sogar auf einem 20-Jahrestief. Da gibt es also auch Bewegungen in anderen Asset-Klassen. Christian, vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen darstellen. Insbesondere, weil die Zinsen ja global steigen. Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank, Andreas. Du sprichst genau das richtige Thema an. Wir haben diese Woche sogar von der Schweizer Nationalbank eine Zinserhöhung gerade heute gesehen. Die Fed war ebenfalls wieder mit 0,75 Prozent aktiv, sodass wir uns, ich habe das mal mitgebracht, in dem Gesamtzyklus im Moment hier befinden. Alle großen acht Zentralbanken haben damit die Nulllinie überschritten. Die Schweizer Nationalbank war noch die letzte. Sie ist sogar noch etwas langsamer als die EZB, wie der Falk das im Vergleich zur Fed eben schön dargestellt hat. Das eine sind die Zinsen, Andreas. Du sprichst es mit Recht an. Das andere ist die Liquidität. Die Anleihekäufe sind gleichzeitig von diesen Zentralbanken reduziert worden. Wir sehen hier den Impact. Man nennt das Stimulus. Stimulus-Effekt. Es gab die letzten Jahre Nullzinsanleihen. Die wollte eigentlich keiner am Markt haben von den Staaten, von den Bundesstaaten, von den Ländern, von den Kommunen. Und die Zentralbanken sind hier eingesprungen und haben gesagt, wir nehmen euch diese Anleihen ab. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein externer Marktteilnehmer, das ist nichts anderes, sind die Zentralbanken, Liquidität in den Markt zusätzlich reingeschoben hat. So, was wir jetzt erleben, anhand der Zinsen, die ich vorweg gezeigt habe und Falk, ist, dass die Zentralbanken sagen, ihr bietet jetzt Zinsen, ihr Staaten, ihr Kommunen, ihr Länder. Jetzt müssen wir nicht mehr einspringen und zusätzliche Liquidität dem Markt zuschießen, sondern jetzt regeln das die Marktteilnehmer wieder untereinander. Und wir sehen dieses Jahr, dass das Auswirkungen hat. Die US-Staatsanleihen sind nachgefragt, weil sie bieten jetzt über 3% Zinsen, von den Marktteilnehmern, die ansonsten in den letzten zwei Jahren gesagt haben, wir holen uns diesen Zins am Aktienmarkt. Falk hat es gerade beschrieben. Oder auch am Rohstoffmarkt, auf diesen Preisniveaus, können wir das zu Nullzinskrediten natürlich dort einspielen, diese Rendite. Wir gehen dieses Risiko auch ein. Dieses Jahr sagen sich die Anleger, das hat bei den Aktien und Rohstoffen bisher nicht so gut funktioniert, dass wir dieses Risiko eingegangen sind. Die Rendite an den Aktien- und Rohstoffmärkten ist eher enttäuschend dieses Jahr. Aber am Anleihemarkt bekommen wir eine sichere Rendite dieses Jahr. Und deswegen schichten die Kapitalströme, der Jense das auch sehr schön in seinem Quartalsausblick, unser CEO, letzte Woche mit dem André Stagel gezeigt, den Link posten wir nochmal heute unter dem Video, schichten in diese Anleihen um, schichten auch in den US-Dollar um. Auf der Währungsseite, ich habe gerade die anderen Zentralbanken gezeigt, da gibt es Währungen, die bieten auch einen Zins. Aber die Währungen in Australien, Kanada, Neuseeland, sind aufgrund der sinkenden Rohstoffpreise auch unter Druck. Es nützt mir also nichts, wenn ich in Neuseeland in eine 4-prozentige Anleihe investiere. Aber der Neuseeland-Dollar verliert 15%. Wo das als einziges bisher nicht passiert ist, ist der US-Dollar und auch der Schweizer Franken. Am Schluss will ich noch ein bisschen überleiten zu diesen Asset-Klassen. Andreas, du hast es angesprochen. Und auf einen Short eingehen, den wir im Rohstoffbereich aufgemacht haben. Das ist Öl. Der Ölpreis, wir merken es auch alle an der Tankstelle, wir können auch ohne Tankrabatt um die 2 Euro tanken, hat sich genauso wie die anderen Asset-Klassen in einen Bärenmarkt begeben. Und deswegen haben wir einen Short aufgemacht im US-Rohöl und rechnen damit, dass diese Schwäche trotz einer normalen saisonalen Stärke für Öl dieses Jahr, zu dieser Jahreszeit, dass diese Schwäche zum Jahresende sogar noch anhalten könnte. Denn das Letzte zum Abschluss, Andreas, wir haben dieses Jahr gelernt, auch die Saisonalitäten funktionieren nicht so gut. Du hast Gold und Silber gerade angesprochen. Also spannende Zeiten, wo man auch über Short-Kandidaten jetzt richtig aktiv nachdenken muss. Vielleicht dann nochmal eine Frage, die vielleicht auch privat alle interessiert. Wenn der Ölpreis runterkommt, könnte man ja auch ein bisschen entspannter in die nächste Abrechnungsperiode reinschauen oder ist das eher eine Zeitverzögerung, weil die Preise nachlaufen? Ja, entspannter in die Abrechnung, das hängt auch so ein bisschen auch immer davon ab, was die Anbieter aus diesen Preisnachlässen machen. Und wir sehen das beim Heizöl. Da ist dieser Ölpreisrutsch noch gar nicht an die Konsumenten weitergegeben worden auf der Abrechnung. Deswegen können wir da leider nicht so sicher sein. Trotzdem ist die Tendenz eher fallend. Okay, das beruhigt ja. Vielleicht kann man ja kurzfristiger mit einer Short-Spekulation in Richtung Heizkosten abfedern agieren. Und da möchte ich nochmal den Falk reinholen. Denn wir hatten ja von dir Nestec Shorts gesehen. Die müssten da aktuelle Indikationen. Nestec ist fast am Jahrestief eigentlich auch gut laufen, oder? Ja, die laufen außergewöhnlich gut. Und du hast es schon angesprochen. Also danke dir, Christian. Ölshort, das ist bei uns auf der Watchlist. Aber ich will den Ölshort gar nicht machen, sondern ich werde mir ein Ölunternehmen raussuchen. Da habe ich ein paar Auswertungen gerade gemacht. Das wird spannend. Also wer da Interesse dran hat, kann sich bei uns ins Depot mal einloggen. Ich habe jetzt hier den Nestec drin. Und ihr seht, das ist ein langfristiger Chart. Und wir rechnen aktuell mit diesem Negativ-Szenario. Das heißt, das, was bisher passierte, ist nur der Anfang. Ich habe euch jetzt hier mal den Nestec in den letzten Wochen eingeblendet. Wir haben ja einen Short am 17.08. ins Depot genommen. Das war genau hier. Und für mich ist gerade mal die Hälfte der Wegstrecke überhaupt erst erreicht. Ja, und der Nestec ist ja jetzt gerade an einem Unterstützungsniveau. Unsere Position ist schon 50% in den Gewinn gelaufen. Und das hatten wir auch genutzt, um im privaten Bereich zum Beispiel langfristige Investitionsaktien, die man nicht verkaufen möchte, abzusichern. Das heißt, in fallenden Märkten wollen wir unser Vermögen möglichst stabil aufstellen. Und da bieten sich eben zwei Szenarien an. Einmal im DAX und einmal in der Nasdaq, weil die trifft es in richtigen Rezessionsphasen meistens am intensivsten. Und für den DAX haben wir ein weiteres Short-Signal. Und für den DAX haben wir gerade im Follow-My-Trader-Depot einen neuen Short-Trade mit ins Depot reingenommen. Das ist der sogenannte Aktienklimawende-Short. Das ist eine Strategie, die meldet sich nur dann, wenn es an den Märkten richtig rumort. Und die hat gerade jetzt am 16.9. ein neues Short-Signal gegeben. Das hatten wir auch umgesetzt im Follow-My-Trader-Depot. Und ich rechne zusätzlich zu dem Short-Einstieg in der Nasdaq tatsächlich mit einer Eskalation der Situation. Und die Statistik dahinter ist eindeutig. Wir haben gerade Trefferquoten auf diese Strategie von über 60 Prozent, in dem Fall fast 70 Prozent. Und die Treffer, die Take-Profits, die liegen im Bereich 15 bis 25 Prozent. Das heißt, dementsprechend sollte der DAX diesen Bereich ab jetzt nochmal unten anlaufen. Das sind zumindest unsere Handelsmarken. Und das ist ja nur die Perspektive für den DAX, die du uns aufzeigst. Du bist ja auch bei einzelnen Aktien auf der Short-Seite gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das so eine ProSiebenSat.1, die ich auch nicht schaue. Insofern hast du auch meinen Geschmack getroffen. Und eine Conti. Ja, richtig. Also, das kann ich euch ja hier auch gerade mal zeigen. Machen wir es wieder rein. Zack. Wir haben Continental geshortet. Continental kommt ja aus dem DAX. Und das haben wir ja nicht zum ersten Mal gemacht. Die ersten Shorts hatten wir damals schon im Februar im Depot gemacht. Das war hier. Ich hatte zwischenzeitlich nochmal einen weiteren Short probiert. Der ist ja dann nicht wirklich aufgegangen. Wir haben es mit einem kleinen Teilgewinn im Depot realisieren können. Und jetzt ist, wenn ihr so seht, die Formation nochmal, der Trend zur Unterseite aufgelöst worden. Wir haben eine erneute Short-Position aufgenommen. Auch wieder 40 Prozent im Gewinn. Wir haben sie mittlerweile eng abgestoppt. In Rot erkennt ihr so ungefähr meinen Verlauf, den ich jetzt erwarte. Also, ich rechne tatsächlich noch mit einem negativen Oktober, November. Den Stop haben wir mittlerweile auf den Einstand gezogen. Und ein ähnliches Szenario sehe ich, wie du schon gesagt hast, bei ProSiebenSat.1. Ich gucke es auch nicht. Ich habe mich lustigerweise mit jeder Menge Leuten, die ich so getroffen habe, mal unterhalten. Auch die das gucken. Außergewöhnlich wenige Leute schauen noch ProSiebenSat.1 oder generell überhaupt Fernsehen. Man ist mehr im Internet unterwegs oder auf den Streaming-Diensten. Und das sieht man ja hier auch im Chart. Das ist ja ein einziges Desaster. Ich persönlich glaube, das eskaliert auch nochmal. Diese Formation hatten wir zuletzt bei der Deutschen Bank, bei RWE, bei hier Conti. Immer ist das der Initiator gewesen. Jetzt kommt erst richtig noch etwas. Und wir lassen hier auch das ProSiebenSat.1 Short-Szenario laufen. Zum Abschluss vielleicht nochmal eine Short-Position, die ich heute aufgemacht habe. Also ein ganz frischer Trade. Das ist Kali und Salz. Kalium-Salz ist ein Düngemittelhersteller. Der Chart und meine Erwartungshaltung habe ich hier eingeblendet, ist abhängig von der Energie. Also Energie ist das Problem aktuell als Düngemittelhersteller. Wir haben gerade Bauernproteste in ganz Europa, die eskalieren. Möglicherweise kommt da nochmal Gegenwind für die Düngemittelherstellung. Und letztendlich die Inflationsproblematik. Also da trifft mehreres aufeinander. Und wenn dann noch eine Finanzkrise oder vielleicht sogar nur ein schwacher Gesamtmarkt, also eine Rezession oder sowas zu erwarten ist, könnte ich mir vorstellen, dass Kali und Salz hier ebenfalls ein Problem bekommt. Das sind ja teilweise düstere Aussichten, aber wir sind ja keine Weltuntergangspropheten, sondern wir werten nur das, was wir in der Vergangenheit an Muster schon gesehen haben. Habe ich richtig zusammengefasst. Ja genau, also ich sehe es so, wenn die Märkte jetzt tatsächlich, ich habe ja jetzt Extrembeispiele rausgenommen, weil wir da die höchste Wahrscheinlichkeit sehen, Trading technisch zu profitieren. Ich könnte auch ein paar positive Szenarien rausnehmen, aber da will ich gewisse Bodenbildungen erst abwarten. Wenn ich erkenne, dass die Märkte tatsächlich nicht in diese Negativszenarien umgehen, dann werden wir sofort umswitchen. Die Stops werden ausgestoppt und dann bin ich auch ratzfatz auf der longen Seite. Genau und es gibt ja auch Aktien, um da mal noch ein kleines Gleichgewicht reinzubringen, die entgegen dem Gesamtmarkt profitieren, die von Analysten empfohlen werden, die sogar Rekorde dieses Jahr vermelden. Erst gestern die Salzgitter zum Beispiel, ein Stahlhersteller oder auch heute die Bayersdorf wieder von mehreren Analysten nach oben gezogen. Also auch das gibt es und damit geben wir mit einem lachenden, einem weinenden Auge ins Wochenende über und ich bedanke mich für eure Expertise. Bleibt vor allem gesund und unter dem Video gibt es auch die entsprechenden Links, zum Beispiel sechs Monate provisionsfrei handeln. Das ist doch auch mal was in der heutigen Zeit, wo man sparen kann. Ganz lieben Dank, auf bald. Das ist doch auch mal was in der heutigen Zeit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.